Heute bereits zum zweiten Mal verleihen wir den Social Impact Investing Award des ICG. In diesem Jahr haben wir über 50 Einreichungen bekommen. Wir sind hier im Telegrafenamt in Berlin und feiern mit 150 Personen, Nominierten, Mitgliedern und anderen, die das Thema wahnsinnig interessiert, die Gewinner. Die Qualität der Einreichungen in diesem Jahr waren noch höher als die im letzten Jahr. Wir haben so gesehen, dass es wahnsinnig tolle Social Impact Projekte bereits gibt in Deutschland, aber auch im Ausland. Denn zum ersten Mal haben wir auch zwei ausländische Projekte ausgezeichnet. Im Vergleich zum letzten Jahr waren die Projekte dieses Jahr durchaus ausgereifter. Wir haben viel mehr fertiggestellte Projekte gehabt. Was mir besonders aufgefallen ist, dass letztlich die Immobilie an sich nicht mehr die große Rolle spielt, sondern viel mehr der Gedanke, die Idee, das heißt die Kuratierung der einzelnen Projekte. Wenn wir uns Gewerbeprojekte anschauen, die jahrelang zum Beispiel leer standen und die aufgrund einer neuen Nutzung mit Social Impact eine ganze Innenstadt wieder und neu beleben können, dann ist es eine Vorbildfunktion. Wir können damit nachweisen, dass Social Impact Investment in der Immobilienbranche angekommen ist, dass es keine Vision mehr ist, sondern dass es wirklich Beweise gibt, dass solche Projekte funktionieren, dass sie sich rechnen für den Investor, für den Bauträger, aber auch für die Gesellschaft. Und insofern sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir heute erreichen durften. Da muss man vielleicht euch dreien und dem ganzen Team des ICG mal ein Dankeschön sagen. Euer Engagement für das Gute in der Immobilienbranche ist wirklich herausragend. Und das auch in der Krise weiterhin mit so viel Engagement zu machen, ist wirklich aller Ehren wert. Und vielleicht auch einen kleinen Applaus wert für die drei und das ganze Team des ICG. Mit der Social Impact Investing Initiative wollen wir weiterhin Projekte mit einer zusätzlichen sozialen, gesellschaftlichen Wirkung voranbringen. Wir werden in der Phase 3.0 unserer Initiative mit vielen Arbeitskreisen, mit vielen Workstreams, mit Bezügen zu Politik, zu Kommunen, zu Städten, zu Kirchen, zu allen, die in Allianzen an diesem Projekt mitwirken können, weiter voranschreiten, um solche Projekte nach vorne zu bringen und auszuzeichnen. Wir haben heute glückliche Gewinner gesehen, die beim Social Impact Award des ICG gewonnen haben. Und wir haben diesen Abend natürlich nicht als letzten Abend in dieser Serie geplant, sondern wir wissen, wir müssen an diesem Thema weiterarbeiten. Und wir finden es extrem wichtig, dass wir im nächsten Jahr auch wieder den Social Impact Award verleihen, um einfach gute Beispiele zu geben, um zu zeigen, was Impact sein kann. Denn Impact Investing heißt letztendlich auch für eine Branche wie Real Estate Wirkung zu zeigen und einen Mehrwert zu schaffen. Und das werden zukünftig ausschlaggebende Argumente sein, wenn es darum geht, gute Projekte, nachhaltige Projekte, sozial integrierte Projekte entsprechend zu bewerten. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder so eine Regelbeteiligung haben, gerne auch internationale Projekte. Es kommt wirklich auf die Idee an und auf die Nachhaltigkeit. Die Freude ist auf unserer Seite.